Musik 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 Wir sind ein arbeitnehmerfreundlicher Betrieb und natürlich auch durch den hohen Frauenanteil, gerade in den Pflegeberufen, haben wir schon seit Langem die Akkreditierung gemacht und jetzt auch wieder eine Re-Akkreditierung, um eben als einer der größten Arbeitgeber Südtirols eben auch weiterhin attraktiv zu bleiben. Die Akkreditierung ist die Akkreditierung und die Akkreditierung, um die Akkreditierung zu verabschiedern, um die Akkreditierung zu haben. Die Akkreditierung sind in der materie, um die Ausbildung zu verabschiedern, um die Akkreditierung zu verabschiedern, um die Akkreditierung zu verabschiedern, um die Akkreditierung zu verabschiedern. Als wieder akkreditiertes Unternehmen hoffen wir natürlich dadurch, unsere schon hoch motivierten Mitarbeiter zu halten und natürlich auch als Arbeitgeber, nicht nur im Südtiroler Umfeld, sondern auch auf dem europäischen Arbeitsmarkt, halt für Ärzte und Pfleger hauptsächlich, die überall fehlen, attraktiv zu sein. Und eben auch das Angebot, auch durch Kinderhorte zum Beispiel, insbesondere die steigende Anzahl von Frauen in Ärzteberufen, auch hierhin zu holen. Die Akkreditierung ist die Akkreditierung von Frauen in Ärzteberufen und Pfleger, um das über 50% von Pfleger, um die Akkreditierung zu verabschiedern, um die Akkreditierung zu verabschiedern. d'altra parte